Herzlich Willkommen zu Guten Morgen mit mir, Kim Meier. Er war noch nie hier gewesen. Trotzdem kann ich sagen, Ladies and Gentlemen, he's back! He's Tom Beck! Ah! Hallo! Okay, cool! Freut mich! I love this song! So good! So good, people! Everybody's dancing! I'll be back! I'll become back! Herzlich Willkommen zum Sektfrühstück! Vielen Dank für die Einladung! Ich hab mich schon gewundert, warum die mich angerufen haben und gefragt haben, kannst du bitte unbedingt in schwarz kommen? Wortwitze mit meinem Namen! Echt super! Mega! Okay, ähm, dann brechen wir mal die Spiele ab! Na ja, ähm... Nee, schon gut! Back! Schon gut! Ja, Prost! Prost! Tom, du spielst in einer Serie mit? Mhm, eher einen. Die Sat1-Serie meinst du? Mhm! Ja! Das stimmt! Uh! Worum geht's? Worum geht's? Ähm... Ja, im Prinzip geht's um einen... Also ich spiele da ein Genie, das der Polizei dabei hilft, Fälle zu lösen, ja? Und das natürlich manchmal auch auf, sagen wir mal, etwas, äh, ja, unkonventionelle Art und Weise. Das stößt natürlich auch meistens auf Ärger. Am Ende hat er aber meistens recht, ja? Die Serie heißt eine... A Mentalist heißt die. Das hab ich schon mal gesehen. Nee, nein, Quatsch, nee. Nee, nee, nee. Ah, ähm... Sherlock? Nee, auch nicht, nee. White Collar? Nee, nee, ähm... Ist es Scorpions or Castle? Nein, das ist die Serie. Monk? Nein, 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 Killer Instinct? Ah, ich weiß, Elementary. Elementary. Einstein, eh war richtig, Einstein, ja. Einstein. Einstein, genau, wie sie heißt, Einstein. Da wär ich nie drauf gekommen. Ja. Okay. Ja, genau. Und da drehen wir jetzt eine zweite Staffel für und, ähm... Ja, ne, ähm... Schön. Schön, ja. Und ich hab gelesen, dass, auf diesen Karten, dass neben deiner Schauspielkarriere du auch ganz viel Musik machst. Absolut richtig, ja. Ja, wann kommt was Neues raus? Ähm, ja, das kann ich noch nicht so genau sagen. Also ich schreibe jetzt gerade am vierten Album. Ähm, genau, ich hab ein bisschen... Oh, Gesundheit. Ähm, an meinem vierten Studioalbum. Drei hab ich bis jetzt veröffentlicht und, ähm... Ach du Scheiße, oh Gott. Ja, ja. Soll ich dir das Taschentuch holen? Ne, ne. Ach, geht schon. Deine Musik. Ähm, das, ähm, ja, mal, also... Ähm, ja, wie gesagt, also Musik ist meine große Leimscherf... Ich hab letztens ein Instagram-Foto von dir gesehen. Ach, geht schon. Geht schon. Oh, super heiß. Ich würd gern mal deine Cobra lamieren, wenn du weißt, was ich meine. Oh, uiuiui, jetzt geht's schon wieder. Jetzt geht's. Oh, ist ganz schön viel Blut. Uh, Blut überall. Ich... Oh, ne. Come back, Tom. Come back. Gute Arbeit. Originals. The Bedürf sells. Minimum. thisớm. Hahaha. Lori,